Bei diesem Shooting für dieses Mammut Key Visual Reihen haben wir ein ganz spezielles Sujet, nämlich wir wollen in der Abenddämmerung die Route der Erstbegehr mit Lichtpunkten nachzeigen, am Matterhorn selbst, am Hörnligrad selbst. Die Jungs vor 150 Jahren, die Erstbesteiger, das war natürlich schon verrückt. Gut, sie haben natürlich schon viel probiert, aber mit dem Material, was sie dazumal hatten und kaum Steigeisen, da hatten sie noch Nagelschuhe, bin ich mal sicher, und die Hanfseile und die Kleider, wenn da ein bisschen kalt wird und wenn man schwitzt, da erfriert man fast, kann man nicht vergleichen mit heutzutage. Musik Wir haben alle Dichtstirnlampe und gehen langsam hoch. Wir sind das erste Team. Wir gehen schon hoch, die anderen kommen. Mit GPS und Höhemesser sind wir verteilt entlang der ganzen Grat. Ich werde weiter sagen, alle Vierer, alles ist schon. Ich bin mehr als glücklich, dass wir uns entschieden haben, das heute Morgen nochmals durchzuziehen. So haben wir jetzt zwei Alternativen zu der schwierigen Situation gestern. Sehr bedecktes Wetter, aber auch spannend. Und heute perfekte Verhältnisse, klarer Himmel und diese Wolken, die reingezogen sind und das rote Licht, das sich hier gespiegelt hat. Also ich bin mehr als zufrieden, bin glücklich, dass alles geklappt hat.